Wir hatten mal wieder Langeweile und dachten uns, es wäre witzig, ein bisschen in Rocket League zu smurfen. Wir haben die Gegner nicht nur spielerisch, sondern auch geistig auseinandergenommen. Ach ja, schaut auf jeden Fall bei meinem Freund Junosch vorbei. Ich habe mit ihm im Stream ein paar Pokémon Unite Runden gezockt, die ihr euch auch gerne auf seinem Kanal anschauen könnt. Wie dem auch sei, viel Spaß. Nice. Nein! 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 Oh mein Gott! What the fuck! Holy! Junge! Geil, Mann, geil! Viel zu spannend gemacht! Wir haben keinen Duo. Hä? 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 Ich wollte eigentlich irgendwas tolles machen, aber dann habe ich es nicht hinbekommen. Und dann waren sie verwirrt. Toll! Ja. Aber er hat schön in die Mitte gespielt, der wäre fett vorbei gegangen. Oh, was? So was ist schnell reagiert? Ich glaube, wir hätten den Luka, ja. Delict. Oh mein Gott, die Matchen. Nice. Geil, Alter. Oh Gott, wie sie lieben die denn immer Jamen. Oh, und so mit einer. Ich glaube, der hat die Devise Never Surrender, Alter. Oh, doch nicht. Okay. Der ist ja ein bisschen zu weit geführt, glaube ich, oder zu wenig. Ich bin mir nicht sicher. Und ich dachte, der kann eigentlich kommen. Hm. Musst du gar nicht auf. Stopp. Aua. Ah. Nice. Nice. Oh. Oh. Okay. Wann blutzt du? Ich weiß nicht, dass ich den Fail habe. Ich habe ihn geborgen. Oh Gott. Oh nein. Oh Gott. Vincent bei 3,30. FF. Sie haben Bock zu Pressuren, wa? Sie Pressuren niemals. Was macht er jetzt? Passt zu seinem Mate? Mann. Doch nicht hier, Alter. Wo sind wir denn hier? Nice. Ist so traurig. Ist so traurig. Oh Gott. Die Pressuren die ganze Zeit. 45 Sekunden. Und ging dann aufs Maul. Das ist echt so. Wir greifen einmal an. Ich weiß nicht, ob ich ihn gefaked habe. Dadurch, dass ich komplett zu hochgeflogen bin. Aber er einfach nur scheiße ist. Oh. Schön. Nice. Nein. 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 Ich bin direkt reingefahren. Haha. Nice. Oh Gott. Oh Mann. Was für eine Plastik Elo, Alter. Finch. Oh. Ach Gott. Oh Gott, war das schlecht. Hahaha. Yes. Darüber reden wir nicht. Haha. Guck mal, die ersten 45 Sekunden. Nice. Achten sie noch. Ah, das könnte gut sein. Und dann ein Konter. Alter, wir sind in Brasilien angekommen. Never surrender. Lol. Die sind ja gerade gleichzeitig hochgejumpen. Wow. Also dann lass ich solche einfachen Bälle dann hergucken. Oh nein, ich hab's nicht gesehen. Okay, ja. Oh nein. Oh Mann. Oder von seinen Freunden gecarriert. Das sah ja mal mies geplant aus, Alter. Geiler Pinch. Alter, die Arme. Der sah aber mal mies geplant aus. Wer ist denn der Gute von denen? Oder der? Der ist. Der hat ja der da. Oh Loll. Weil noch niemand. Nice. Nicht hinter. Wobei. Der ist lost. Der Arme. Nice. Boah ey. 41% und dann geht er an die Decke. Damit drängt er der Bray nicht. Boah toll und der steht natürlich. Nice. Gepresst. Der Arme hat sein Maid weggebompt. Lübsian. Oh nein. Oh Mann. Oh, nice. Nice. Alter, wie du beide Hops genommen hast. Schöne. Sorry. Da kannste es machen, da ist fast keiner. Nice. Nice. Junge. Du kriegst den Boost geheatet. Das war mein Arsch in Ruhe, Alter. Richtig. Warte. Schön. Der arme. Der arme. Scheiße. Und. Alter. Mies. Der hat schon wieder den Ball auf seiner Schnauze. Ah. Lost. Das wollte ich nicht. Trotzdem stark. Du. Hilfe. Verwürgenheit. Wichtig. Wichtig. F. I can't imagine. Was sie machen die Scheißkneche da? Nice. Oh, was? Nice. Was? Hast du was gesehen? Was ich vom Aper werden? Aua. Junge, was mault denn sonst? Ach komm schon. Pff. Wenn er unbedingt will, dass ich da auch was gebe. Geil. Alter. Das war das für Gegner. Das war das für Gegner.